etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Figg ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor Ihrem Tod schrieb sie mir von Runrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule, aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Runrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Das Merlids Bart. Wie haben Sie... Kalt. Wir wissen nicht was. Bis Kalt ist! Ich bin kein Leuchten. Also, ich bin kein Leuchten. Es ist ein Irgang mit dem Leuchten. Ich kann nichts mehr leuchten! Ich bin kein Leuchten. Ich bin kein Leuchten. Ich bin ein Leuchten. Und ich bin ein Leuchten. Ich bin ein Leuchten! Alles in Ordnung? Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir? Wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Port-Schlüssel. Port-Schlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber... Bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum? Wie weit hat uns dieser Port-Schlüssel nur gebracht? Wie weit hat uns dieser Port-Schlüssel nur gebracht? Der Port-Schlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Merlion hat George den Port-Schlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass Sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen... Auf jeden Fall, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Schön aufpassen. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Port-Schlüssel, der uns herbrach? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und... ...ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Port-Schlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders, als sie jeder andere macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Ausgezeichnet! Das war etwas häufiger als erwartet. Ihr Können verbessert sich immer weiter. Danke, Sir. Ah, da oben! Nicht mehr weit. Gleich davon. Bleiben Sie ruhig! Was geschafft! Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Paar-Schüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das? Nicht mehr gehört. Professor, es ist eine Art Wandbild. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Professor, die Statue. Vielleicht war dies ein Zuhause. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Was ist das? Professor Fick? Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Was ist Merlins Namen? Ich habe Ricks Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Was ist der Leuchte, die Abonne sind, nicht? Ich habe das Leuchten, die Abonneation wün input, zu gehen und schauen. Wo sind wir? Was ist es? Was ist das Leuchte? Wir können uns sagen. Oh, wie sitzt du dich? Sie sind uns hier. Deine Gehäuse? Oh Einen moment Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Der Schlüssel ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Nach Ihnen. Na ja, das ist neu. Voll geil. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Ha, ha, ha. Ich habe es nicht vorbereitet. Heute in der Lunde oder morgen ist das. Wir können sonst die Leute nicht vorbereitet haben. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Auffolge. Diese Verliese sind am Neuensten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit Flinkgeld oder Lachro oder Beiden könnte solch einen Dienst beanspruchen. Gut, die Luft anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befinden sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Überblick noch vor uns. Verlies Nummer. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Professor, das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Da sind wir. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Viel Erfolg. Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Hm. Reveglio vielleicht. Reveglio? Ja. Ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Reveglio? Reveglio? Da! Da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Eine Tür? Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Lumos! Das ist kein normales Verlies. Da vorne ist etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Lumos! Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, ich sehe eine Art Statue. Aber nur als Spiegel, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. was ist schkurren Sie bei mir? Wenn gerade ein Spiegelbild träumen, schien es cinchendes Grupp. Stufo! Unbrengtuto! Stufo! Descento! Divinto! Demiuto! Stufo! Unbrengtuto! Stufo! Unbrengtuto! Expulso! Stufo! Stufo! Kommen Sie! Luz! Professor! Professor Peek! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Wohin soll ich nur gehen? Revedio! Was passiert hier? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Revedio! Lumos! Ah, dorthin führen Sie mich. Das leuchten wieder. Lumos! Ich bin wohl auf mich allein gestellt. Rivelio! Ich bin wohl auf mich allein gestellt. Lumos! Ich bin wohl auf mich allein gestellt. Ich hab wohl keine Wahl. Ich werd' mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Protego! Stufu! Stufu! Protego! Stufu! 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 Unruh! Schickle! Stufa! 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 Loomus! Reveglio! Loomus! Reveglio! Lumos. Réveillez-vous. 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 Das sehen Sie also, das Leuchten, das Sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Sporen alter Magie genau genommen. Nein, die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nie. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem Wirr. Sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Renrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gib mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verlies-Schlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das, das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt. Und Sie hatten... Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfreich. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfreich. Oh, nein. Tja, dann! Nur Pesu! Ja! Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobalt. Meine Magie scheint Ihnen gar nichts anzuhaben. Wo? Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Das, das istgladier. Das soll das neue Spiel flyer sehen. Bis zum nächsten Mal. — — — — — Untertitelung des ZDF, 2020